ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal schön dass du wieder eingeschaltet hast heute möchte ich euch zeigen wie ich iron faser firos bemalt habe von den iron hands hier so ein kompanieführer und ja in der video beschreibung findet ihr selbstverständlich wieder alle farben die ich benutzt habe aufgelistet ebenso ist nach wie vor ein affiliate link der euch zum taschengeld die führt wenn ihr vor habt euch ein neues hobby zugehört zu zuzulegen dann nutzt doch gerne den affiliate link von mir dadurch unterstützt ihr mich beziehungsweise meinen kanal denn ich bin mit einer kleinen provision an euren umsätzen die ihr generiert beteiligt das geld was darüber zusammenkommt würde definitiv hier in den kanal fließen um mehr abwechslung in die ganze geschichte reinzukriegen und ja das soll das vorwort gewesen sein ich würde sagen wir legen sofort mit der bemalung los ja begonnen habe ich damit das gesamte modell einmal mit abaddon black grundiert habe man hätte jetzt hier auch chaos black aus der sprühgrundierung nehmen können ich habe das in dem fall jetzt hier mit der airbrush gemacht also ist jetzt nicht zwingend erforderlich die airbrush für diesen schritt den kopf muss ich sagen habe ich separat bemalt zeige ich euch später im video natürlich auch wie ich das gemacht habe nur ich habe den hat nicht eingeklebt sondern ich habe den separat bemalt und hinterher dann in das fertige modell eingesetzt das ist einfach ein bisschen einfacher gewesen den dann zu bemalen ich habe auch nicht den original kopf genommen der dem bausatz bei liegt sondern ich habe hier den helm des captain in gravis armor aus der dark imperium box genommen und entsprechend hat mein virus einen hut auf der die kommenden schritte werden alle mit der airbrush gemacht vielleicht kann man das farbschema auch mit dem pinsel umsetzen ich wollte halt bei meinen iron hands die airbrush nutzen das vorgehen ist jetzt auch nichts neues also wer sich das video zu meinem intercessor sergeant der iron hands angeschaut hat der wird jetzt hier auch nichts neues entdecken der nächste schritt wurde mit corvus black gemalt gesprüht vielmehr das heißt ich habe den quasi in 90 bis senkrecht also senkrecht bis 90 grad winkel auf die miniatur aufgesprühte den farbton so dass man von unten auf die miniatur schauen würde das aber dann black zurück bleibt danach habe ich das ganze mit eschen gray wiederholt hier habe ich ungefähr wenn man von oben senkrecht nach unten sprüht bis zu einem 45 grad winkel ungefähr die farbe aufgesprüht von oben gesehen ziel der ganzen übungen sonst natürlich sein dass die farben die zuvor gesprüht werden natürlich in den vertiefungen zurückbleiben und wir dadurch nur die höchstgelegenen stellen mit der entsprechenden farbe besprühen und dadurch einfach ein highlight erzeugen von dunkel zu hell zu den höher gelegenen stellen als letzter schritt mit der airbrush wird das ganze noch einmal mit dawnstone wiederholt auch das habe ich versucht möglichst senkrecht auf die miniatur zu sprühen ich habe mir aber auch einzelne bereiche rausgesucht die sage ich mal im licht exponiert sind wo man sagt okay da kommt schon eher licht hin habe dann da auch noch mal ein bisschen dawnstone hingesprüht nach gut dünken wo ist halt heller haben wollte und damit war dann der einsatz der airbrush und die grundschicht der miniatur auch schon fertig der rest wird dann mit pinsel gemalt und zwar kam hier ein großer pinsel zum einsatz denn mit nullen oil wurde nun das gesamte modell einmal geschädet von kopf bis fuß einmal mit nullen oil bemalt man achtet natürlich darauf dass in den vertiefungen jetzt sich nicht irgendwo welche großen pfützen ansammeln die hässlich austrocknen das muss man im auge behalten und gegebenenfalls einfach mit pinsel wieder wegziehen danach habe ich die kanten akzente oder edge highlight lighting mit dawnstone wiederholt das heißt ich habe all die kanten die dem licht zugewandt sind harte kanten entsprechend einmal mit dawnstone bemalt ich habe versucht die kanten eher mit der pinsel seite als mit der pinsel spitze zu malen um dadurch einfach dünne und gleichmäßige linien möglichst hinzukriegen in manchen bereichen kommt man halt nicht mit der pinsel seite hin da muss man das dann mit der pinsel spitze malen wenn man das tun muss dann macht man das einfach langsam und vorsichtig im notfall retuschiert man es halt einfach möglichkeiten gibt es da ja mehr als genug nachdem dann das edge highlighting mit dawnstone auf allen rüstungsteilen aufgemalt worden sind habe ich mit led belcher der silberne metallik ton ja akzente gesetzt das heißt ich habe hier und da wo ich halt statt dem grau eher ein silber haben möchte dann das led belcher aufgetragen an der waffe in den soft armor irgendwelche schläuche der adler auf der brust wurde damit bemalt teile beziehungsweise die waffe also es kommt an vielen stellen hier zum einsatz das silber das kommt auch bewusst sehr flächendeckend zum einsatz da ich auf die verwendung von gold nahezu verzichten möchte bei meinen iron hands und entsprechend muss ich halt ein ein bisschen mehr silber nutzen und so iron hands denke ich passt das ganz gut damit die silbernen elemente ein bisschen mehr leuchtkraft kriegen ein bisschen klarer und sauberer aussehen habe ich diese jetzt einmal alle mit runefangstil akzentuiert das heißt ich habe hier und da auf große flächen dann entsprechend runefangstil auf das led belcher aufgemalt da ich mich für rot entschieden habe für die waffengehäuse und waffenfarben habe ich jetzt sowohl den schweren bolters gehäuse des schweren bolters als auch die stange seiner nahkampfwaffe mit cornred bemalt ebenso habe ich die greif klauen des greifarmes die am rückenmodul befestigt sind ebenfalls vorne die spitzen mit cornred einmal bemalt danach wurden die reinheits siegel die beiden die er vorne am gürtel hängen hat mit ushab die bauern bemalt also gerade dieses pergamentes papier was er da vorne runter bauen hat das wurde einmal mit ushab die bauern bemalt danach kam argox earthshade zum einsatz hiermit habe ich dann die zuvor bemalten reinheits siegel übermalt so dass in den vertiefungen dann entsprechend das schade zurückbleibt um einfach den kontrast zwischen diesen einzelnen papier streifen dann auch erzeugen zu können danach wurden die roten bereichen mit caribou crimson schattiert auch hier die farbe einfach auf das bolter gehäuse auf den stab und hat auch auf die vorderen spitzen der greifer des rückenmodularmes einmal aufgetragen um die reinheits siegel nach dem trockenen des argox earthshades wieder etwas aufzuhellen habe ich screamer skull genommen hiermit habe ich dann die höher gelegenen bereichen der reinheits siegel bemalt und damit waren diese dann auch schon soweit fertig mit celestial grey wurden jetzt die symbol auf den schulterpanzern quasi bemalte vor grund jetzt sage ich mal ich habe auch hier versucht er mit der pinsel seite zu malen gerade da wo die zahnräder sind den pinsel einfach nur seitwärts darüber zu ziehen ja man tut sich da wesentlich leichter mit als wenn man versucht solche elemente damit der pinsel spitze zu malen da haut man dann eher links und rechts daneben einfach mit der flachen pinsel seite vorsichtig drüber gezogen wenn sich ein bisschen farbe im pinsel befindet und dann kriegt man solche bereiche eigentlich ganz gut und einfach bemalt mit was dakar red wurden jetzt die roten elemente aufgehellt sprich das gehäuse des bolters die greifklauen und auch der stab hierbei habe ich allerdings darauf dass in den vertiefungen des corn red beziehungsweise auch mit dem caribou crimson das shade zurückbleiben damit wir einfach von dem dunklen zu dem hohen bereichen einfach auch ein akzent generieren und entsprechend das ganze dann kontrastreicher wird um auch die roten bereiche so weit abschließen zu können habe ich diese mit wild rider red die kanten akzentuiert gerade bei dem bolter ist es ein bisschen einfacher bei dem schweren da geht man einfach über die kanten drüber auch hier wieder sofern es möglich ist mit der pinsel seite und nicht mit der pinsel spitze und an dem stab schaut man einfach mal dass man diese einzelnen der ist ja so mit einem rautenmuster versehen dass man versucht in diesen einzelnen rauten dann ein bisschen das wild rider red aufzutragen und damit sind dann auch die ganzen roten elemente fertig bemalt auch hat wie gesagt den greifer die spitzen werden damit akzentuiert und ja wir können uns jetzt wieder um andere bereiche kümmern wir hatten ja eben angefangen die symbole auf den schulterpanzern zu bemalen diese werden jetzt mit ultuan grey ein weiteres mal auch das erste mal jetzt aufgehellt man muss jetzt nicht mehr zwingend in die vertiefung komplett rein malen es reicht wenn wir die höher gelegenen bereiche anmalen und auch hier nutze ich wieder die versuche ich die pinsel seite sofern es möglich ist zu nutzen den letzten akzent der symbole auf den schulterpanzern male ich mit white scar das nämlich schon eher als kanten akzent für die einzelnen bereiche weniger als flächen füllende farbe weil dadurch kriegen einfach diese bereiche nochmals und leuchten und ja damit haben wir dann auch das weiß soweit fertig bemalt damit die waffen insgesamt nicht ganz so langweilig aussehen habe ich einzelne elemente mir ausgesucht die ich dann wiederum mit balthasar gold bemalt habe gerade die gurtzuführung des schweren bolters da sind ja immer diese kleine klemmen immer zwischen den einzelnen elementen die halt den gut zusammenhalten diese habe ich zum beispiel mit balthasar gold bemalt und hier und da an der nahkampfwaffe ein kleines element allerdings habe ich versucht das halt so dezent wie möglich zu halten die bereiche die wir zuvor mit balthasar gold bemalt haben werden jetzt einmal mit right line flash shade schattiert das heißt ich mal einmal mit dem pinsel über die einzelnen bereiche rüber auch so ein bisschen in die vertiefungen links und rechts daneben um das ganze von dem silber noch ein bisschen stärker abzuheben nachdem das schildern getrocknet war habe ich mit secure x bronze die bereiche dann aufgehellt wieder akzentuiert sprich die großen flächen habe ich vorsichtig damit angemalt es muss nicht komplett deckend sein die farbschicht es reichen einzelne elemente in den bereichen damit angemalt werden da muss man so ein bisschen auf sein eigenes auge hören auf seinen eigenen geschmack wie einem das dann entsprechend gefällt nun habe ich noch ja so kleine kabelchen die hier und da dann noch an dem greifarm waren etc die habe ich mit kablet green bemalt ich finde auch dass es wieder eine schöne kontrastfarbe zu den zum restlichen es passt eigentlich eigentlich ganz gut meiner meinung nach auch da könnt ihr mir gerne mal in den in den kommentaren schreiben was ihr von dem farbschema haltet ich weiß es ist nicht das typische iron hands farbschema was hier normalerweise schwarz ist das geht ja doch sehr stark ins graue und hat vielleicht auch ähnlichkeiten mit anderen orten aber ihr könnt es mir dennoch gerne mal in die kommentare schreiben was ihr davon haltet und ja nachdem dann die kabel angemalt wurden sind mit kablet green habe ich dieser dieser farbe dann noch ein bisschen weiß also white scar hinzu gemischt und habe dann diese kabel mit dem farbmix aus kablet green und weiß gar ein bisschen akzentuiert spricht die kabel an den nach vorne schauenden bereichen damit angemalt aber halt auch nicht so weit dass man das kablet green komplett überdeckt ja dann kam jetzt noch fluo sense green zum einsatz von valero damit habe ich einzelne dioden so will ich jetzt mal nennen angemalt wo ich mir denke ab geht da könnte jetzt irgendwie eine kontrolle leuchte lämpchen sonst irgendwas sein positionsmarker oder so die habe ich einmal mit diesem grünton angemalt und dann noch vereinzelt mit einem orange fluo sense von valero ebenfalls ein paar andere dioden angemalt ich habe so ein bisschen verteilt damit das nicht alles so einfarbig sind da sind zwei neonfarben die wie ich finde ganz ganz schick leuchten schönen leuchteffekt erzeugen da das pappt das ganze immer so ein bisschen auf auch wenn es wirklich nur ganz wenig und ganz dezent eingesetzt wird im folgenden sehen wir jetzt die bemalung des helmes des iron fasers und zwar auch hier habe ich natürlich nach dem ganzen airbrush einsatz und dem einsatz von nullneil die kanten mit dawnstone noch einmal nachgezogen ja also das einmal kurz als kleines update danach habe ich angefangen die augenlinsen zu malen und zwar habe ich damit angefangen dass ich kaliban green mit mir genommen habe und habe das in beide augen eingemalt ich habe mir eine lupe so eine stereo lupe so eine kopflupe zur hilfe genommen damit ich besser sehen kann wo ich wie male dass die farbe sollte auch ein klein wenig verdünnt sein damit man den vorteil hat dass sie sich auch leicht aus dem pinsel wieder lösen lässt ist die farbe zu dick dann tut man sich gerade bei so kleinen sachen schwer so geht es zumindest mir immer im nächsten schritt habe ich dann dem kaliban green etwas von dem neongrün dem fluo sandscreen von valero hinzu gemischt und dann bin dann wieder in die in die augen reingegangen und habe versucht ja jetzt im prinzip die fläche damit mit dem farbmix anzumalen aber so dass zu den rändern hin das kaliban green natürlich stehen bleibt danach folgte das fluo sandscreen in reinform also ohne dass man es mit irgendwas anderem gemischt hat hier den strich wird natürlich wieder kleiner wie gesagt bei so arbeiten hilft mir so eine lupe ungemein ohne lupe würde ich das nicht hinkriegen weil es einfach daran scheitern würde dass ich nicht richtig sehen kann danach wurde dem fluo sandscreen etwas white scar hinzu gemischt um es noch ein bisschen aufzuhellen habe dann damit noch mal ganz dünnen strich da rein gezogen um halt ein leuchten zu erzeugen in dem auge selber abschließend habe ich im hinteren bereich mittig versucht einen weißen punkt reinzusetzen auch hier ist wichtig dass man hat natürlich eine gute pinsel spitze hat der pinsel vorne nicht irgendwie ausgefranst ist dann sollte das weiß auch wieder gut verdünnt sein man geht in die farbe rein nimmt sich die farbe geht einmal kurz über den küchentuch oder ähnliches damit sich die meiste flüssigkeit raus saugt in dem moment und mit dem was dann noch im pinsel ist versucht man vorsichtig einen punkt zu setzen und das klappt in der regel so eigentlich ganz gut abschließend habe ich dann etwas bieltan green das ist ein schade von citadel in die augen reinlaufen lassen du hast ja hauptsächlich dann in den kanten sich die farbe absetzt und damit war das auge eigentlich auch schon soweit fertig beziehungsweise ich wollte es mal ausprobieren ich hatte es vorher auch noch nie gemacht und zwar habe ich dann mit einem glosslack oder glossfarbe die augen noch einmal angemalt um den nochmal dadurch nochmal so ein bisschen spiegelnden effekt zu geben ist ganz gut ob es jetzt bei jeder miniatur machen würde weiß ich ehrlich gesagt nicht und so stark fällt es mir persönlich jetzt auch nicht auf da ich die gesichtsmaske weiß haben möchte habe ich diese jetzt einmal mit silistri gray quasi vorbehandelt damit hinterher auch das ulster grey schön deckend darauf haftet wir achten natürlich jetzt penibel darauf dass wir nicht mehr in die augen irgendwie reinmalen das wäre echt nach so viel arbeit und mühe echt bitter wenn man da was retuschieren müsste nachdem dann das silistri gray getrocknet ist kam ulster grey zum einsatz damit habe ich erneut die diese gesichtsplatte einmal angemalt ich bin aber nicht mehr ganz in die vertiefungen reingegangen ja um entsprechend einfach auch schattierungen erzeugen zu können abschließend habe ich die weißen bereiche mit white scar akzentuiert das heißt ich habe es jetzt eher auf den im oberen drittel aufgetragen und nicht mehr ganz so stark flächendeckend wie die beiden farben zuvor und dadurch hat man dann auch ein weißes element was man noch so ein bisschen leuchtet danach habe ich mit led belcher ja so kleine elemente vorne am helm angemalt und dann noch mal so ein bisschen varianz rein zu kriegen damit das nicht allzu einfarbigen anführungszeichen ausschaut ja einfach vorsichtig ein paar punkte auf die einzelnen bereiche setzen und dann dürfte das gewesen sein diese bereiche und noch so harte kanten werden jetzt noch einmal mit nun ollen schattiert das heißt nun kommt jetzt hier noch gezielt in den vertiefungen zum einsatz und ja damit sind wir schon fast fertig der abschließende schritt bei der bemalung des helms bestand darin dass ich mit runefang steel die silber im bereich noch mal etwas aufgehält habe ja und wie gesagt damit ist dann auch der helm fertig bemalt jetzt müssen wir nur noch die das achsblatt und die spitze des stabes bemalen hierfür kommt doch noch mal die airbrush zum einsatz das wollte ich mal ausprobieren aber wie gesagt das zeige ich euch jetzt in den nächsten schritten ja zunächst hieß es erstmal den guten kerl gut einpacken das habe ich mit küchenpapier abklebeband und ja all solchen hilfsmittel halt gemacht das heißt die figur habe ich erstmal so weit eingewickelt dass nur noch das achsblatt und unten die spitze des stabes ausschaut weil das sind die beiden elementen die ich in dem falle gerne mit der airbrush malen oder besprühen möchte und zwar habe ich damit angefangen dass ich diese bereiche jeweils alle mit kantor blue besprüht habe die farbe muss nicht komplett deckend sein das ist auch war für mich vollkommen in ordnung wenn die darunter liegende farbe noch so ein bisschen durchschimmern danach habe ich das ganze mit loss on blue wiederholt allerdings habe ich versucht dann die farbe nicht mehr ganz so hoch zu gehen das heißt wir von der achsblatt schneide bis hin zum stab hin sehen dann habe ich von der schneide bis ungefähr ein drittel hoch zum stab dann die farbe aufgesprüht und habe versucht dass auch ein schöner übergang zwischen den beiden blautönen dadurch erzeugt wird danach habe ich das ganze mit loss on blue und ulceran gray ungefähr 50 50 gemixt und ja in etwas kleineren bereich aufgesprüht unten an dieser spitze ist es so dass ich im prinzip von unten nach oben immer dunkler werde beziehungsweise zur spitz pinsel spitze zur stab spitze immer heller werde ja das wurde da einmal aufgesprüht auf beiden seiten abschließend wurde da mit reinem ulceran gray nochmal gesprüht also sprich die schneide des achsblattes unter doch nur die spitze des stabes unten das waren die bereiche die jetzt damit noch einmal bearbeitet worden sind und wie gesagt habe immer darauf geachtet dass möglichst ein weicher übergang dann quasi zu den darunter liegenden bereichen entsteht ich habe zum ersten mal eine waffe in der art und weise besprüht und bemalt und ich muss sagen es hat ganz gut geklappt man kann es vielleicht hier und da aber auch was verbessern und verfeinern aber ich bin dennoch mit dem ergebnis sehr zufrieden weil der stahlträger halt an den fuß mit dran gegossen ist will ich euch auch da kurz noch die bemanung zeigen und zwar habe ich den stahlträger unten am fuß erst einmal mit einer mischung aus corn red und balthasar gold ungefähr 50 50 schätzungsweise gemalt einmal komplett deckend alle bereiche habe nur darauf aufgepasst dass ich ihm nicht den schuh damit anpinsel danach habe ich auf den gesamten stahlträger einmal typhus corrosion aufgemalt das muss jetzt nicht hundertprozentig gleichmäßig sein wenn es hier und da ein bisschen mehr oder weniger ist spielt uns das völlig in die karten nachdem das typhus corrosion dann getrocknet war bin ich hier gegangen habe mit led belcher hier und da so ein bisschen mehr oder weniger willkürlich auf dem stahlträger die farbe aufgebürstet also sie muss wirklich nicht deckend sein und gar nicht gleichmäßig wenn hier und da ein bisschen was von dem led belcher an dem stahlträger haftbar ist das völlig in ordnung anschließend habe ich wild rider reds aufgetupft also wirklich mehr so alten pinsel geschnappt und hier und da einfach nur hingetupft und leicht gebürstet auch hier die farbe muss nicht überall hin es soll einfach dadurch so ein rostiger effekt erzeugt werden wie ich den rest der base bemalt habe werdet ihr in einem anderen video sehen mit der bemalung des firers iron fasers bin ich an der stelle fertig ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe euch gefällt das farbschema wie gesagt hinterlasst mir gerne da einen kommentar unter dem video würde ich mich sehr darüber freuen däumchen nach oben und ein abo von euch macht mich immer sehr glücklich und wie gesagt vergesst auch nicht den affiliate link in der video beschreibung wenn ihr euch was tolles kaufen wollt dann nutzt doch gerne den diesen link denn ich bin da mit einer kleinen provision beteiligt ich wünsche euch alles gute bis zum nächsten mal ciao